hallo und willkommen zurück bei Lee Dangerous wir sind immer noch hier am Abbaustandort jetzt wo wir schon mal so ein schönes Geschwader gefunden haben würde ich sagen machen wir jetzt auch weiter hier ist noch ein weiterer Kommandant Garbosch aber leider ist der Wing schon voll wieso können die NPCs fünfer Wings machen und wir nur vierer Cobra die Kielbeck die Kielbeck weggeballert vielleicht jetzt wahrscheinlich auch sauber wenn er da so rum steht okay wir sind gar nicht so weit weg plus 2,8 Kilometer was wird denn das wenn es fertig ist hier Lichthube kenne ich auch dunkel hallo das ist so doof sieht ganz witzig aus will nur noch einer der mit einer Kata vorbeikommt jetzt kann nichts los wir können ja nicht die sind alle sauber ich kann jetzt nichts weiter machen können wir nochmal scannen achso schon beendet kann ich nicht nochmal doch kann ich nochmal bleib doch mal stehen hau ab putz mal vorne meine Front ein bisschen mit deinen Heckdüsen mit deinen Triebwerken hehehehe hehehe 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 ne nicht dass ich noch aus Versehen da seine Kabine durchstoße ist jetzt hier langsam mal was passiert ähm ne nichts scheiße ärgerlich hier wird bloß abgebaut ich sehe es auch nicht dass hier irgendwo rumgeballert wird ok einer der anderen ist gerade wieder da Vino ist wieder da und Ben müsste auch gleich kommen ja ich glaube da ist er gerade reingesprungen aber es wird gerade nirgendwo gekämpft oh was war hier boah du Sack ich hab's gehört ihr habt dich nicht gesehen aber ich hab's gehört das war wahrscheinlich Herr Knall ah Ben kommt auch wieder sehr gut gibt nur echt nichts zum Abschießen vielleicht hat er was mitgebracht stehe ich hier bloß rum und drehe mich im Kreis da ist er ja schon wieder ich fühle mich bedrängt Diamondback Explorer die könnte doch unter Umständen was haben ja oder wenn Ben Howard Rino T hat ein Minfragment im Visier mehr ist ja auch nicht los oh 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 hallo also wissen sie haben die anderen das jetzt auch bekommen der hatte doch gar nicht mehr mit als die 32 oder merkwürdiges System jetzt haben sie alle den hier im Visier hehehehe 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 war deine Schuld hehehehe hehehehe ne ich hab ihn echt nicht gesehen ich hab grad nicht aus Radar geguckt oh das ging schnell das ging schnell also wenn man schnell Geld fürs Community Event machen will so nicht hehehehe ist tatsächlich sinnvoll alleine kommt natürlich auch das eigene Schiff drauf an die Leute weg zu ballern ja ich weiß jetzt oh sorry oh 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 entschuldigt ich bin grad voll ans Mikro gekommen hier ist natürlich echt nichts los grad wie ballern sie denn alle an Gold den hier? ne oh Vorsicht ah das ist echt schade dass hier zu wenig los ist jetzt könnten wir die 3er Clipper Wings kommen oder Gunship Soulchip und Anaconda oder was aber nein das rafft das Spiel wieder nicht was hatten wir? 5er Wings von Sidewinder und Cobra 2-3 mal ah das ist echt grad schade klappt das so gut hier irgendwie 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 huis Ohhh das sah in meine müde Augen und grün war da grad irgendwas Ne ich komm jetzt blind halt Oh, da war doch gerade was. Hier. Wo denn? Da hinten. Oh, da bin ich aber weit weg. Das könnte knapp werden. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr hinterher. 20% noch. Komm schon. Ah, das wird knapp. Das wird knapp. Theoretisch habe ich es noch getroffen, aber ich glaube, doch, tatsächlich. Hat sogar noch funktioniert. Seit wann steht denn da die Vernichtung des Verbrechers sowieso? Oh. Okay. War bloß die Systemsicherheit. Boah, jetzt kommt hier nichts rein. Das ist so schade. Tja, dann stehen wir heute einfach bloß mal rum und gucken uns die anderen ein bisschen an. Den hatten wir schon. Was sind denn die anderen beiden? Der weiße Pythorn sieht auch sehr geil aus. Hey, bleib stehen. Oh, das sprügeln wir uns schon um den Sidewinder. Da kommt mal her hier. Oh, 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 oh. Oh, Mann, das war wohl knapp. Hat mich viel gefehlt. Oh, Mann. Noch jemanden? Nein, natürlich nicht. Alles leer gefischt hier. So muss es in unseren Weltmeeren aussehen. Jetzt kommt wieder hinten. Achso. Okay. Wie sieht es denn aus? 1,6 ungefähr. Wen gehen die denn? Ich sehe den gar nicht. Ach, hier unten. Ach, das war... Ja, nee, okay. Muss ich nicht mitmachen. Zeitwinder. Oh, ja. Oh, 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 oh. Oh, der Igel. Das waren zwei, aber da muss nur einer sein. Das ist der scheiß Sicherheitsdienst. Ah hier, Chess. Okay. Das ist manchmal sehr eng zwischen uns. Naja, hier kleinen Feen hier macht auch Mist. Hat man leider überhaupt nicht für so eine Föderation gezählt. Oh, jetzt ist hier echt nichts los, das gibt es da nicht. Mann, 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 das ärgert mich gerade echt tierisch. Verdammt. Vielleicht wird irgendwo weiter noch gekämpft, aber ich sehe halt auch echt nichts. Ah hier, Reno, von dem waren wir jetzt glaube ich noch nicht nah dran, oder? Oh, jetzt hau doch nicht ab, aber wenn ich mir einen angucken will, dann hau ihn so ab. Bleib hier. Was haben wir da hinten? Oh, ein Diamondback Scout. Ich glaube die wird noch gescannt, okay, wird auch schon rauf geschossen. Ich lasse es mal, dass die anderen beiden nochmal drauf gehen können. Ja, und das war es dann schon wieder. Ich packe jetzt mal meine sieben Sachen, pass mal auf, wir fliegen jetzt mal. Warte, warte mal. Eine Cobra, ja okay, die haben alle nichts. Ist egal, wir fliegen jetzt mal zum, wo ist denn das? Fischer Terminal. Ist ein bisschen weiter entfernt. Das war doch doof. Ja. Wir geben die Kohle jetzt mal ab. Interessiert mich jetzt, ob das andere auch dazu zählt oder nicht. na komm lass uns hier abhauen hätte richtig schön werden können wenn wir hier so ein paar große wings erwischt hätten leider überhaupt nichts jetzt dauert es wieder ewig bis wir da ankommt oh ich bin gespannt was die hülle reparatur kostet dürfte nicht wenig sein ich gehe mal von weiß ich nicht 80.000 oder so vielleicht aus ja ich denke mal top 40 prozent könnten wir oder rutschen wahrscheinlich mit dem bisschen jetzt hier noch da rein top 15 prozent würde ich ganz gerne machen gerade wenn tier 4 mit sicherheit auch tier 5 erreicht wird im laufe der nächsten woche beziehungsweise jetzt für euch in dieser dann ja doch müssten wir noch einige sammeln um dann letztendlich in der top 15 zu bleiben das würde ich echt ganz gern machen aber ihr seht wenn man am vierer wegen unterwegs ist wird das alles durch die leute aufgeteilt und irgendwie ist nicht so viel los als ich da alleine war und getestet hatte da war deutlich mehr los wir schauen mal vielleicht sehen dann tatsächlich nicht nur die federationskopfgelder sondern auch alle anderen mit und so jetzt bauen wir langsam die schwindigkeit auf beziehungsweise schon wieder ab scheitelpunkt schon erreicht wird schon wieder langsamer ja entschuldigt wegen der hintergrundgeräusche ich hoffe dass es nicht so laut rüber kommt ich kann das aber leider gerade nicht ändern falls du nichts hört dann vergisst du es einfach sehe ich erst nach der aufnahme oder höre ich erst nach der aufnahme besser gesagt so sind noch ein paar leute unterwegs also sieht man nicht direkt wahrscheinlich im fischer terminal werden vielleicht den ein oder anderen treffen gab es vielleicht aber glaube ich gar nicht mehr unterwegs wollen so da sind war schmadesignal gibt es hier aha hält das so lange schmadesignal gibt es nicht so aus als ob hier einer von der aus der gruppe noch hier ist ne alles npcs vielleicht gibt es hier sogar aufgaben dass man hier im system piraten killen soll das war natürlich eine geile sache das gab es mal schon ewig her dass ich mal sowas machen können dass du im selben system dann mal piraten killen musstest weil da auch ein community event deswegen war so wie jetzt das ist ja wir schauen mal nach wo müssen wir hinten 40 dahin und 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 Wir hätten theoretisch 1,6 Millionen ungefähr und 80.000 oder so oder 85.000 habe ich schon mal abgegeben. Oh, Reparatur 221. Naja, gut. So, Kontakte, ich gebe jetzt einfach mal alles ab. Wir haben ja gesehen, ob das dazu zählt. Das sind aber viele kleine Gruppierungen. Ja, nicht alles, aber einige davon waren wahrscheinlich auch. Föderationsbedingt, also Top 40% sind wir schon. Sehr gut. Okay, das hätten wir. Schwarze Brett wollte ich ja nochmal ganz kurz nachschauen. Nö. Nö, keine Killmission. Aber hier ein paar Abbaumissionen. Osmium, was haben wir noch? Platin. Nö, ist okay. Ja, da war es das für heute schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Vielen Dank.